Ich habe Glück, dass ich als Geschäftsführer unserer Firma meine Leidenschaft zum Beruf machen durfte. Das, was wir im jahrelangen erfolgreichen Skidurchensport lernen durfte, mein Bruder Willi und ich, das technische Know-how, die Schnelligkeit, kommen unseren Kunden zugute und haben uns zum Glück dahin gefürzt, wo wir jetzt sind. Ich bin sehr stolz, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, das auf Teamarbeit, Selbstbewusstsein, schnelle Reaktion, Präzision, ständiges Weiterentwickeln aufbaut, gleich wie im Rennsport. So können wir stets die Arbeit für unsere Kunden erleichtern und vor allem den besten Motorschlitten für den Alpenraum bauen. Das ist das, was wir wollen, das, was wir können, gescheit oder gar nicht. Ja, es gibt eine große Leidenschaft, die uns mit der Firma Bacher verbindet, der Motorsport. Der Motorsport hat ganz besondere Anforderungen an Qualität, Schnelligkeit, Genauigkeit. Und da weiß ich einfach, dass ich bei der Firma Bacher am richtigen Platz bin. Die ersten Skidurchrennen haben mein Bruder und ich vor 25 Jahren schon bestrickt. Snowcross-Rennen, Skidurchrennen waren schon immer unsere große Leidenschaft. Das Feuer für das Rennvon brennt in Inns-Alweino. Und mittlerweile ist der Funken auch schon auf die nächste Generation übergesprungen. Das Feuer für das Rennvon brennt in Inns-Alweino. Mit unserer Erfahrung und dem Gespür für individuelle Einsatzzwecke ist unser Ziel stets, die Arbeit für unsere Kunden zu erleichtern. Die Firma Bacher stellt uns 22 Skidos zur Verfügung. Die sind in einem sehr intensiven Einsatz für Pistenrettung und für Pistensicherung. Daher ist für uns eine hohe Verfügbarkeit dieser Geräte ganz, ganz wesentlich. Mit der Firma Bacher haben wir einen Partner, der uns optimal unterstützt im Support, auch in der Entwicklung von Neuigkeiten, sind wir immer an der Spitze vorne dabei. Und daher könnten wir uns keinen besseren Partner vorstellen als die Firma Bacher. Zur technischen Seite sage ich einmal, den Grund-Skido, wie es ihn gibt, den kann man überall kaufen. Nur der Grund-Skido ist ein ganz normales Standardfahrzeug, aber für unseren Einsatzzweck eigentlich überhaupt nicht fahrbar. Weil unser Einsatzzweck so ist, dass die komplette Pistenrettung mit Anhängern gemacht wird. Und da einfach wichtig ist, dass der Skido eine breite Spur hat, ein verstärktes Laufwerk, die Bremsen speziell abgestimmt ist auf das Fahrzeug. Und halt das ganze Zubehör gibt es in Haufen Teile, wenn ich jetzt noch von der Sicherheit her, von der lauten Hupe und diese Warenblitzer rundherum. Und es sind einfach sehr, sehr viele Sachen am Skido montiert, wo es keine Standardgeschichte ist, sondern eigentlich nur auf den Kunden abgestimmt. Und es gibt es nicht, dass sie dann sagen, das können wir nicht oder das machen wir nicht, sondern es ist dann immer wieder, wer das für uns als Kunden so gemacht hat, wie es wir als Kunden haben wollen. Und das ist einfach der große Vorteil. Das Side-by-Side oder das ATV ist ein sehr universell einsetzbares Fahrzeug mit Rädern oder mit Raupenantrieb oder zuletzt entwickelt den Alpen Snow Kit mit breiten Ballonrädern als ideale Raupenalternative. Hallo, ich bin der Hupe Franz. Ich habe das Gerät in der Zillatoll Arena auf der Kreuzhochhütte Legalm und im Arenastadel. Und wir haben zwei solcher Geräte in Verwendung und kaufen bei der Firma Pacher, weil die Firma Pacher Verlässlichkeit, das ist schon einfach für mich eine erste Priorität. Und das Know-how, was die Firma Pacher hat, braucht man einen Ersatzteil oder ein Leihgerät, die sind innerhalb von einer Stunde vor Ort. Und also ich bin bestens zufrieden. Ja, wir arbeiten mit der Firma Pacher in mehreren Gebieten beieinander, also im Gradonnau in Karls, wo wir das Dorf, das autofreie Dorf haben, wo wir mit den Vierradlern die Gäste zu den Chalets transportieren, beziehungsweise in die Skigebiete mit den Skidos. Ja, da sind wir jetzt eigentlich immer als Anahand bedient worden und durchaus zufrieden und eigentlich langfristig jetzt eigentlich schon gemeinsam beim Zusammenarbeiten. Der Alpen-Trailer. Ein Anhänger aller Möglichkeiten. Wir haben ein einfaches, aber durchdachtes Baukostensystem entwickelt, was unseren Kunden ermöglicht, die einzelnen Zubehörteile ganz individuell nach ihren Bedürfnissen und Einsatzzwecken abzustimmen. Sämtliche Auf- und Umbauten werden in unserer hauseigenen Schlosserei hergestellt und ständig weiterentwickelt. Sonderanfertigungen sind daher kein Problem. Ja, Servus bei uns, Dorang, auf dem Platzladen, 1097 Meter. Wir haben mit Schidobacher seit 10 Jahren eine gute Kooperation. Der Schidobacher macht bei uns die Service bei den Schlitten jedes Jahr. Ich habe immer das so aufgelegt. Der Jos ist ein super Partner für uns. Der, was mich mit Leihschlitten versorgt, sollte es einmal eine gröbere Havarie sein bei den Geräten. Aber im Großen und Ganzen los der Schidobacher auf uns. Was wir brauchen, baut uns die Schlitten so her, wie wir sie dann im Einsatz speziell Lieferungen etc. Leute für ein Gepäckliefern brauchen. Danke, gut gemacht, Bacher von Gold. Ich bin sehr stolz, dass wir so viele Bergbahnen, Liftbetriebe, Hüttenwirte, Skischulen und Jäger mit unseren individuellen Abstimmungen und Umbauten betreuen und unterstützen dürfen. Ja, ich melde mich da aus Gehörlos. Man sieht, es schneit wunderbar, nicht? Toller Winter. Und wir arbeiten mit der Firma Bacher seit vielen, vielen Jahrzehnten zusammen. Super Service, faire Preise und eigentlich äußerst gute und konfliktfreie Zusammenarbeit, die sehr angenehm ist. Und deswegen kann ich das Unternehmen sehr weiterempfehlen. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn es ein Geheimtipp bleiben würde, weil dann hat es für uns mehr Zeit. Die Firma Bacher ist ein jahrzehntelanger Partner der Gerloser Bergbahnen. Das ist eine sehr kompetente Firma. Für uns bei den Bergbahnen ist das Service sehr wichtig, die Verfügbarkeit der Geräte. Und mit der Firma Bacher haben wir einen Partner, der rund um die Uhr eigentlich eine Serviceleistung bietet. Bei den Schneefräsen ist das Hauptaugenmerk auf die Bedienerfreundlichkeit gelegt. Mit den Honda Schneefräsen haben wir da eine perfekte Lösung, die unser komplettes Winterangebot sehr speziell abrundet. Ja, herzlich willkommen am Kitzsteinhorn. Mein Name ist Günter Brennsteiner. Die Zusammenarbeit mit der Firma Skidobacher ist für uns sehr positiv. Eine sehr individuelle und gut abgestimmte Zusammenarbeit. Wir haben ganz besondere Herausforderungen bei uns am Gletscher, auf die die Firma Bacher immer sehr gut eingeht. Und auch die Zusammenarbeit, sodass wir im Sommer ein bisschen was zurückgeben können und die Firma Bacher bei uns am Gletscher über das ganze Jahr eigentlich auch die Motorschlitten testen kann. Und somit perfekte Voraussetzungen für alle Interessenten schaffen kann. Wir sind da im Hochgebirge unterwegs, umgeben von einigen Dreitausenden im Groß-Logner-Gebiet. Und da ist natürlich der Einsatz der härteste. Wir haben mit der Firma Bacher einen Partner gefunden, der uns bestens betreut. Wir haben, wenn wir mal eine Kleinigkeit haben, das 24-Stunden-Service, das man dann sehr gut in Anspruch nehmen kann. Weil wenn man im Gelände ist, und ich brauche das keinen dazu, der in freier Natur unterwegs ist und Not am Mann ist, dann hat man da einen Partner, den man eben 24 Stunden erreichen kann. Grüß dich, ich bin der Rauch-Andreas, Betriebsleiter bei der Morpher-Bergbahn für den Bereich Hortberg-Gehrendt. Ich bin seit 36 Jahren im Geschäft und seit ungefähr 20, 25 Jahren arbeite ich mit der Firma Bacher zusammen. Und wir haben eigentlich deswegen auf die Firma gekommen, weil einfach beim Ski da der Zeitbehör einfach, glaube ich, einzigartig ist, von der verbreiteten Spur bis zum Überrollbügel, bis zu der Sirene, baut deren Hals eigentlich alles so, wie wir es brauchen und wie es im Skigebiet gebraucht wird, damit er nicht umschmeißt von der breiten Spur. Also wir haben mit ihm eigentlich super zufrieden und deswegen kauft man eigentlich schon seit 20, über 20 Jahren, arbeiten wir mit dem Harald zusammen. Eine Firma Bacher, eine gewaltige Firma, der wischt, dass sie jeder Tages- und Nachtzeit, kann man weiterempfehlen. Super Service, einfach spitze. Ja, mein Name ist Siegfried Ecker von der Arbeit Hintertal Bergbahn AG in Marie-Alm. Wir arbeiten mit der Firma Bacher schon sehr lange zusammen. Und der große Vorteil und das große Plus von der Firma Bacher ist einfach der, dass Sie sehr schnell auf unsere Anliegen oder auf unsere Wünsche reagieren. Bei eventuellen Reparaturen kann das sogar auch über Nacht erfolgen, dass Sie einen Ersatzschidot zu uns wiederherstellen. Und das ist ein sehr großer Pluspunkt von Ihnen. Also ich bin der Rudi Göstl, Geschäftsführer bei den Bergbahnen Willkogel. Eine gute Partnerschaft mit örtlichen Betrieben ist für uns ganz besonders wichtig. Also die Firma Harald Bacher arbeitet ja bereits seit Jahrzehnten hervorragend mit dem Bergbahnen Willkogel gemeinsam am Berg. Für uns ist ein schneller Service, ein durchgehendes, oder die durchgehende Möglichkeit der Erreichbarkeit und ein kompetentes Team vor Ort sehr, sehr wichtig. Die Skidos haben eben die verschiedensten Einsatzbereiche. Im Bereich der Beschneiung zum Beispiel, da gibt es dann auch mal Nachteinsätze. Und wenn etwas defekt ist, dann ist die Firma Bacher stets zeitgerecht und schnell vor Ort und ist auch kompetent bei der Behebung der Schäden. Und natürlich geht es dann auch weiter über den Rettungseinsatz. Also wir brauchen die Skidos natürlich sehr, sehr dringend. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man eben gute, verlässliche Partner vor Ort hat. Und uns ist natürlich auch wichtig, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt, weil natürlich auch die Arbeitsplätze entsprechend wichtig für die Region und auch für die Bergbahnen sind. Und damit man dann auch wieder ein bisschen Geld zum Skifahren und zum Rodeln hat und wir dann auch ein wenig profitieren. Ich bin Andreas Brandner, Geschäftsführer der Bergbahnensteinplatte. Wir haben mit der Firma Bacher schon jahrelange gute Erfahrungen, sei es bei den Verkaufsgesprächen und sei es auch bei der Servisierung, auch bei der Vermietung werden wir immer sehr gut bedient. Wenn man mit den Leuten von der Firma Bacher zu tun hat, dann weiß man, dass man das mit Fachleuten zu tun hat. Und es sind immer angenehme Gespräche und auch gute Gespräche, die eine gute Geschäftsbasis hervorrufen. Ja, die Bergbahnenlofer ist schon seit Jahrzehnten praktisch Kunde von Bacher Skidoo. Und wir schätzen halt ganz besonders die Verlässlichkeit, die professionelle Betreuung, die Spezialanfertigungen am Gerät. Und dass wir einfach nicht im Stich gelassen werden, dass wir auch am nächsten Tag, wenn ein Defekt auftritt, einen anderen Skidoo im Gelände haben. Und es ist einfach ein Rundum-Paket, das sticht. Ja, grüß dich, ich bin der Gritsch Johannes aus Sölden, der Chef bei Erdbewegung Gritsch. Und ich habe schon jahrelange Zusammenarbeit mit dem Bacher Harald und seinem Superteam. Es ist ja ein freundschaftliches Verhältnis. Und es ist ein Grund, wenn wir etwas hinhaben. Und die Lieferungen und mein Harald, das ist schon eine Handschlagqualität. Und ich möchte mich einmal bedanken von Harry für seine super Zusammenarbeit. Und es ist alles top. Danke Harry und sein Team. Ich bin der Gritsch Michael von den Bergbahnen Sölden. Das Beste von Harry ist einfach, bei seiner Truppe, sie sind sehr flexibel und sehr individuell. Das heißt, wenn ich genau was brauche, was wir anderen nicht liefern können, bei dem Typen kriege ich es. Ich bin der Hasselsberger Hans, Betriebsleiter der Bertrand in Schäffau in der Skiwelt, in der Kaiser. Ich arbeite mit der Firma Bacher sehr gern zusammen. Und zwar aus diesem Grund, weil das Service passt, 24 Stunden erreichbar. Und auch die Feiertag und alles haben, wie ich habe schon mit einigen anderen probiert. Aber das hat nie so gut geklappt, wie mit der Firma Bacher. Und da gibt es auch noch die Handschlagqualität. Da braucht man eben einen Mordsvertrag machen. Da ruft man an und man bestellt einige Dinge und man kriegt es auch so, wie man ausgemacht hat. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass die Firma Bacher noch länger gibt und ich werde sie auch immer wieder unterstützen. Danke. Ja, grüß dich hier vom Fuß des Hintertuxer Gletschers. Die Firma Bacher ist für uns als langjähriger Partner und hat die Stärke, immer wieder die persönliche Kompetenz, die persönliche Ansprache und auch der persönliche Kontakt. Und die schnelle Reaktionszeit sind für uns als Skigebiet natürlich enorm wichtig. Grüß dich, ich bin der Trall Andreas, bin der Bistenchef von der Bertrand Wessendorf in der Skiwelt. Mit der Firma Bacher haben wir schon seit Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit. Weil bei der Firma Bacher ist das einfach toll. Wenn du ein Problem hast, ist es immer erreichbar. Er hilft dir sofort. Du kriegst sofort ein Ersatzgerät, wenn du das nicht sofort repariert haben kannst. Und er ist da mit den Aufbauten flexibel. Er fertigt das an. Je nachdem, was für den Bedarf, das du hast, für Beschneuung oder für die Bissenrettung, wie es bei uns ist oder was. Der fertigt den Zusatz oder den Schulbehör so an, wie es den du genau haben willst. Und da muss ich sagen, ist der Bacher Harald, die Firma Bacher, einfach optimal. Wir entwickeln gemeinsam mit Architekten Metallbaulösungen für Projekte im Bereich Geländerbau, Fassaden, Überdachungen, Bauschlosserei. Servus, grüß eigentlich, ich bin der Enger Martin. Ich bin jetzt schon ein jahrelanges Mitglied, eigentlich von Anfang an beim Bacher Racing Team. Bin da auch sehr stolz, dass ich da dabei sein darf. Und die Firma Bacher ist für mich natürlich der erste Ansprechpartner in Sachen Motorschlitten. Da die Zuverlässlichkeit, das Know-how, die Präzision und vor allem auch für mich das Feintuning an erster Stelle steht. Und da kann ich nur in Bacher Harald mit seinem ganzen Team ein großes Lob aussprechen. Und möchte mich recht herzlich bedanken für die jahrelange Zusammenarbeit und auch viele weitere folgende Jahre. Dankeschön. Ich aus dem Erzgebirge hier mit diesem wunderschönen Racing-Gerät vom Harald bereitgestellt, dieses Jahr wieder neu entfacht. Die Leidenschaft zu dem Sport, die ich mit dem Harald seit über 20 Jahren teile. Wir gemeinsam vor Jahren viele, viele Rennen zusammengefahren sind. Das Racing für uns ganz im Vordergrund gestanden hat, zu Feinten zu tun. Und ich seitdem dieses Know-how von ihm nutze, sehr dankbar bin, dass er mir seinen Erfahrungsschatz zur Verfügung stellt. Und ich selbst jetzt wieder dieses Jahr mit so einem wahnsinnig genialen Gerät fahren darf. Einfach hören. Wir sind nicht nur ein einfacher Handwerksbetrieb, weil neben der ausführlichen Beratung, Lieferung, Montage, Service und Nachbetreuung wird alles speziell auf den Kunden zugeschnitten. Die Zufriedenheit für unsere Kunden hat oberste Priorität. Wenn einmal etwas nicht passt, wird so lange Druck aufbaut, bis dieses Ergebnis zu 100% überzeugt. Gescheit oder gar nicht, das ist unser Grundsatz. Teamwork, Herzblut, Verlässlichkeit und beste Qualität werden bei uns täglich gelebt. Die meisten von unseren Mitarbeitern sind bereits seit sehr vielen Jahren im Betrieb tätig und haben ihren Beruf längst zur Berufung gemacht. Unsere Profis an der Werkstatt sind ständig aufgefordert, eigene Ideen und ihre Kreativität mit einzubringen. Denn Erfolg definiert sie immer an den Leuten, die daran beteiligt sind. Das Team zählt längst zur Familie. Und mit unseren Kunden pflegen wir genauso einen partnerschaftlichen und freundschaftlichen Umgang. Der Wicker lädt, der Wicker lädt, beim Bacher steht, die Uhr wird berät. Die Schwarzgeräte, die Bohrmaschinen, sind schon da und warten, bis einer reinkommt. Du musst ein Ass sein mit euch und spielen. Verstehst du? Nichts mit Galt, das ist nichts. Nichts mit Galt. Wenn es nicht schneller geht, dann geht es nicht schneller. Fertig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind ein Team von jung bis heut A Mannschaft, die zusammenholt Und die Seuss seitens war das 60er Jahr